Hallo, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen bei Bayern International. Mein Name ist Agnieszka Eckert und ich bin Referentin für Delegationsreisen. Bei Bayern International arbeite ich bereits seit einigen Jahren und seit dem Jahr 2020 bin ich im Bereich Delegationsreisen, Delegationsbesuche und Sonderveranstaltungen tätig. Was mir persönlich in meinem Job besonders viel Spaß bereitet, ist in erster Linie der Kontakt mit bayerischen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und natürlich der internationale Kontext, die Möglichkeit, fremde Kulturen, fremde Länder im Rahmen der Delegation kennenzulernen. Die Krönung bzw. das Ergebnis der langen Vorbereitungen ist die Delegationsreise selbst. Die Unternehmen schließen neue Kontakte, erweitern ihre Netzwerke, auch innerhalb der Delegation, was aus meiner Sicht einen enormen Mehrwert darstellt und das macht Freude und motiviert enorm. In unserer Projektarbeit sind wir aber keine Einzelkämpfer. Das Projektteam besteht aus den Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium, in der Regel aus den Repräsentanzen in den Zielländern, aber auch aus Clustern, Verbänden, Multiplikatoren und anderen Organisationen. Mit den Vorbereitungen für die Delegationsreise nach Chile haben wir bereits im Oktober vergangenen Jahres begonnen. Von der Terminfindung, Festlegung der Reisedaten, Festlegung der Logistik, Akquise der Teilnehmer und natürlich der Programmgestaltung selbst sind mittlerweile mehrere Monate vergangen und jetzt stehen wir kurz vor der Reise und freuen uns sehr, dass es bald losgeht. Liebe Ulrike Hoffmann, der Leo ist bereit für Chile und kommt jetzt zu dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017